Hallo, moin und servus zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch eine neue Videoserie vorstellen und zwar habe ich ja vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass ich ins Daytrading einsteigen möchte und ich habe dazu ein Depot eröffnet bei Naga. Zeige ich euch alles gleich, ich zeige auch wie viel Gewinn ich bis jetzt gemacht habe und wie das allgemein funktioniert. Und bevor ich jetzt hier lange rumquatsche, gehen wir mal direkt auf das Depot. Ihr seht es hier, es ist fast so aufgebaut wie Facebook kann man wirklich sagen. Also hier in der Mitte sieht man, ja viele Leute können hier Fragen stellen und so weiter. Hier rechts Tops und Flops und dann was hier gerade so gekauft wird. Und hier natürlich auch die Top-Gewinne. Und dann gibt es hier den Punkt Bestenliste. Hier kann man einzeln einstellen, nach was gesucht werden möchte, nach Monat und so weiter. Und ich lasse jetzt einfach mal erzielte Gewinne. Und hier sieht man, was dieser Herr oder Frau in den letzten Monat für Gewinne erwirtschaftet hat. Im Zusammenhang mit dem Autokopierer. Denn ich trade hier nicht selber, sondern ich lasse traden. Also ich mache Copy Trading. Ich habe, und jetzt wundert euch nicht, 3000 Euro eingezahlt. Ihr seht es hier, aktuell, ja leider etwas verloren. Insgesamt sind 1500 Euro investiert. Und hier komme ich auch gleich noch dazu. Das ist ganz wichtig. Aber ich hatte bis jetzt schon ein Gewinn von 400 Euro. Und da möchte ich einmal drauf eingehen. Hier seht ihr im Prinzip, was sind gerade die laufenden Positionen bei mir. Insgesamt 30 Stück. Und ihr seht es hier bereits, alles eigentlich in Rot. Und warum sage ich, oder habe ich gerade gesagt, ich habe eigentlich 400 Euro gewonnen oder verdient. Und zwar ist, und das ziemlich blöd, als ich investiert hatte, ist der Ölpreis absolut eingebrochen. Und das ist die Gefahr bei diesem Auto oder Copy Trading. Hier, selbst wenn im Verlust ist, schließen einige Copy oder Anbieter Investierte die Positionen und man kann nichts dran machen. Und hier wurden im Prinzip diese Öl-Trades in einem extremen Minus geschlossen. Und wenn man das zusammenzählt, 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro, sieht man hier sehr stark, dass ich entsprechende Verluste hier eingefahren habe. Aber, und das muss man dazu sagen, sonst ist alles Plus. Und man muss sich jetzt nicht wundern, hier diese kleinen Beträge. Hier werden immer knapp 50 Cent abgezogen, oder es werden 50 Cent pauschal unter 5 Euro Gewinn abgezogen für den kopierten oder den, den man kopiert. Und dann, wenn man die Aktie länger oder über Nacht noch hält, wird noch ein gewisser kleiner Betrag. Ich glaube, das sind 5 Cent oder 6 Cent noch abgezogen. Aber das ist in meinen Augen nicht relevant. Und man sieht es, selbst wenn 50 Cent abgezogen werden, es sind immer, ja, kleine Beträge. Aber ich habe in drei Tagen tatsächlich 400 Euro verdient. Und das ist schon erstaunlich. Klar, jetzt aktuell 70 Euro, ja, im Minus, sage ich mal. Aber das wird sich relativ schnell wieder revidieren. Und diese aktiven Trades, man kann es hier sehen, alles im roten Bereich. Aber da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Wie gesagt, hier sieht man den Ölpreis, minus 60 Prozent. Hier genau so, minus 50 Prozent. Aber da bin ich wirklich sehr gut der Hoffnung, dass der Ölkurs wieder extrem nach oben geht. Und wenn ich hier auf Copy Trading gehe und dann auf Aktiv, sieht man hier die, die ich kopiere. Und man sieht hier, der gewisse Anbieter Alex Herr, habe ich einen Plus von 300 Euro gemacht gehabt. Und von diesem Anbieter 12 Euro. Und ich hatte ein paar mehr kopiert. Und hier seht ihr es, das waren die zwei, die in dem Ölgeschäft tätig waren, die Trades durchgeführt haben. Und dementsprechend war ich jetzt hier im Minus. Also ich will das alles für euch offenlegen. Hier seht man die Trades, die geschlossen worden sind im Minus. Genauso wie hier. Und da habe ich meinen ersten Fehler begangen. Und zwar, ich habe zu schnell zu vielen Leuten, ja, habe ich kopiert. Und ich habe auch noch Leute kopiert, die auch noch das Gleiche handeln. Und das war eigentlich mein großer Fehler. Ich hätte mich besser derifizieren müssen. Das heißt, ich kopiere einen, der wirklich nur CFD handelt. Dann einer, der nur in, ja, in Kryptowährungen zum Beispiel Trades durchführt und, und, und. Aber wie gesagt, ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen. Es war jetzt eine Lernphase. Und dafür, dass ich innerhalb von drei Tagen knapp 400 Euro verdient habe, eigentlich ohne den Minus, ist das eigentlich schon sehr gut. Man sieht es auch hier. Das Gesamtergebnis. Ich habe insgesamt 27.000 Euro investiert oder Trades durchgeführt. Insgesamt 338. Also am Tag knapp 100 Trades. Und das ist schon sehr ordentlich. Und mein Ziel ist es hier tatsächlich, auf 200 Euro Gewinn pro Tag zu kommen. Deswegen werde ich jetzt hier täglich ein Video über mein Depot zeigen und euch wirklich daran teilhaben lassen. Um an der, auf eine Stelle möchte ich aber wirklich noch darauf zu sprechen kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar dieses Level hier. Wenn dieses Level, und das setzt sich aus deinem verfügbaren Kapital zusammen, aus deinem investierten Kapital und aus deinem Gewinn und Verlust. Wenn dies unter 50% fällt, schließt Naga automatisch deine schlechtesten Trades. Und das ist wirklich ganz, ganz gefährlich. Denn, so wie ich euch gerade gezeigt habe, die geschlossenen Trades, ich hätte diese noch laufen lassen. Denn zu dem Zeitpunkt, paar Minuten später, ist der Ölpreis wieder gestiegen. Und ich hätte jetzt hier keine 40 Euro oder 48 Euro verloren, sondern nur 20 Euro wären die geschlossen worden. Und das ärgert natürlich mich umso mehr. Aber wie gesagt, war eine Lernphase. Und man vertraut wirklich sein Geld anderen Leuten an. Aber, und das möchte ich euch einmal zeigen, zum Beispiel, von dem ich sehr überzeugt bin, das ist dieser Alex Herr. Ja, man hat hier, so sieht auch aus wie Facebook, man sieht jetzt, wie viele kopieren ihn, 693 Leute. Und dann hat man hier Statistiken. Und man sieht sehr stark bei diesem Herrn, dass er eigentlich immer im grünen Bereich ist. Hier hat man noch einige andere Kennzahlen, den Durchschnitt und so weiter. Und er macht knapp 382 Trades pro Woche. Und eine Haltezeit von unter einem Tag. Und das muss ich wirklich sagen, ist sehr, sehr stark. Ich zeige euch mal einen anderen, wo ich jetzt Verlust gefahren habe. Und da zeige ich einmal das Profil. Und hier sieht man, er hat wirklich sehr starke Verluste eingefahren. Oder die ganzen Investoren haben starke Verluste eingefahren. Aber das ist wirklich, ja, muss man wissen, es hatte wirklich mit dem Ölpreis zu tun. Er ist komplett abgesackt. Aber hier, wie gesagt, man muss wirklich sehr stark aufpassen. Und deswegen kann ich am Anfang wirklich nur empfehlen, ihr kopiert nur eine Person. Und dann habt ihr die Auswahl, wie ihr kopieren möchtet. Und das zeige ich euch auch einmal. Da habe ich nämlich den geringsten Wert erstmal genommen. Und zwar habe ich hier den prozentualen Ansatz genommen von 1%. Das heißt, wenn er 100 Einheiten handelt, handele ich nur eine. Man kann auch einen fixen Betrag eingeben. Das ist auch kein Problem. Ist bei 50 Euro. Aber ich finde, die Prozent ist erstmal für den Anfang ganz gut. Und wenn ich mir jetzt hier die Trades angucke, die geschlossen worden sind. Wie viel investiert worden sind. Ihr seht es hier 50 bis 110 Euro, würde ich jetzt einfach mal so im Durchschnitt sagen. Und da ist es, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Achtet immer auf dieses Level. Es muss im besten Fall über 150 liegen. Dann ist alles im grünen Bereich. Bei unter 100% werdet ihr benachrichtigt. Und dann müsst ihr es halt wirklich beobachten. Und im schlimmsten Fall müsst ihr hier tatsächlich Geld nachlegen, damit eure Trades nicht automatisch geschlossen werden. Und wie gesagt, wundert euch nicht über diese kleinen Beträge hier. Es sind immer nur bei Investitionen von 72 Euro 1,55 Euro Gewinn. Minus 50 Cent habe ich 1 Euro. Und bei meinem Ziel ist es wirklich so, immer 1 Euro zu gewinnen, wo ich eigentlich immer relativ gut dabei bin. Hier auch mal 2,70 Euro, wo mir 2,20 Euro ungefähr übrig bleiben. Und, und, und. Hier mal auch, klar, es gibt auch mal, wo geschlossen wird mit nur 84 Cent. Es gab auch schon welche mit nur 50 Cent, wo plus minus 0 rausgekommen ist. Aber ihr seht es hier, 18. März. Oder gehen wir mal auf den gestrigen Tag. Der war jetzt nicht so stark, aber schon immerhin einige Trades durchgeführt gewesen. Und hätte ich jetzt diese Verluste nicht gemacht, hätte ich tatsächlich innerhalb von 3 Tagen 400 Euro gemacht. Und da muss ich sagen, schon sehr beeindruckend. Man kann hier alles eigentlich handeln, was es so gibt. Das ist unterteilt in deutsche Aktien, englische, niederländische, spanische, amerikanische und so weiter. ETFs, Indiz, Kryptowährungen, Forex und so weiter. Also wirklich eigentlich alles. Aber für mich ist wichtig, oder ich will das einfach nur ausprobieren, indem ich diese Person hier kopiere. Ich konzentriere mich jetzt auf ein, zwei Personen. Das sind diese beiden hier. Denn diese machen wirklich schon sehr starke Umsätze. Und auch bei diesem Alex Herrmann sieht es hier, immer nur im Plus gewesen. Sehr, sehr stark. Und ihr seht es ja hier, 297 Euro im Plus. Bei insgesamt 192 Trades. Also sehr, sehr stark, muss ich sagen. Bin wirklich absolut davon gerade überzeugt. Klar, es ist Spekulation, es ist Zockerei. Aber ich habe mir wirklich als Ziel gesetzt, hier in der nächsten Zeit bis zu 200 Euro am Tag einnehmen zu wollen. Und das hat hier wirklich, man kann hier auch langfristig handeln. Aber bei diesen Anbietern, die ich jetzt hier verfolge, das sind wirklich reine Daytrader. Also die kaufen schnell, 10 Minuten später wieder verkaufen und so weiter. Das sind meines Erachtens wirklich Vollprofis. Man sieht es auch hier unter den Statistiken. Er hat insgesamt schon 91 Millionen Dollar verwaltet. Aktuell 1,1 Millionen. Es ist schon sehr, sehr stark, was hier abgeht. Und wenn ihr natürlich hier selber Profis seid und selber tradet, können die Leute euch natürlich auch folgen. Und ihr verdient pro Trade so um die 35 Cent. Egal, selbst wenn ihr im Minus verkauft. Was natürlich keiner will, denn viele, und das mache ich auch, ich informiere mich über die Statistiken. Wie sehen die Zahlen hier aus? Und, und, und. Und daraufhin entscheide ich, ob ich hier Autokopiere oder nicht. Und das ist natürlich sehr wichtig. Aber anhand der Menge an Trades sieht man wirklich sehr stark, wie viel Geld er wirklich verdient. Und es ist nicht nur ein, ein Trade oder einmal ein Trade pro Person, sondern er hat im Prinzip 700 Autokopierer und er verdient pro Trade, das er jetzt hier macht. Und alle kopieren 300 Euro pro Trade. Also das ist wirklich schon sehr beeindruckend, wie viel diese Leute, ja, nebenbei zusätzlich Geld verdienen. Ich mache das noch nicht, denn ich möchte mir hier erstmal Erfahrung sammeln. Ich glaube, das ist ganz klug. Und ich, wie gesagt, versuche auf jeden Fall auf 200 Euro am Tag zu kommen. Klar, ein bisschen ärgerlich jetzt, wie ich schon gesagt habe, mit den geschlossenen Trades, keine Frage. Aber es ist wirklich eine blöde Situation gewesen. Gerade wo hier investiert worden ist, sind auf einmal die Ölpreise absolut in den Keller geschossen. Und ihr seht es hier, Gold und Silber auch gerade im Minus, aber ich mache mir da wirklich keine Sorgen. Es ist reines Zockergeld meines Erachtens. Also klar, ich will kein Geld verlieren, aber ich mache mir hier wirklich überhaupt keine Sorgen. Denn durch diese Mini-Beträge, hier in Euro, da in Euro 50, denke ich mal, dass ich Montag auf jeden Fall hier wieder im Plus sein werde. Und wie gesagt, 200 Euro am Tag hört sich erstmal sehr viel an. Aber ihr habt es ja gesehen, bei dem einen knapp 300 Euro innerhalb von drei Tagen. Also da war ich schon bei 100 Euro. Und hier, wenn ich das auch noch zusammenziehe, bin ich bei 330 Euro. Und wäre das hier nicht gewesen, knapp bei 400 Euro. Also sehr stark. Aktuell insgesamt 119 Euro im Gewinn gemacht. Widerspricht sich ein bisschen. Aber hier geht es darum, hier wurden die Gebühren abgezogen, die man für die Trades hat. Das sind die 50 Cent, was ich angesprochen hatte. Und deswegen, ich kann das erstmal jedem empfehlen. Bin ich wirklich sehr beeindruckend. Und ich werde euch, wie gesagt, jeden Tag nun mit meinem Nager-Update auf dem Laufenden halten. Danke fürs Zusehen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.